Hallo und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nergelsbach. Ich bin die Großnichte des Malers Alfons Zeileis. Alfons Zeileis hat seine erste Berufserfahrung hinter sich. Grund genug für ihn, sich zu entscheiden, sich lieber künstlerisch weiterzuentwickeln. Was Alfons Zeileis startet nach seinem Ausflug ins Berufsleben künstlerisch nochmal richtig durch. Er schreibt, nach einer Unterbrechung, die neben Brotarbeit auch landschaftlichen Studien galt, gab mir Professor Ludwig Herterich 1913-14 noch Gelegenheit, nach Modell zu arbeiten in seiner Malschule. Was bedeutet das? Hat Alfons Zeileis etwa Nackerte gemalt? Um zu verstehen, was Alfons Zeileis bei Professor Herterich gemacht hat, sollten wir uns diesen etwas näher ansehen. Professor Ludwig von Herterich hatte selbst an der Kunstakademie in München studiert, war ab 1896 Professor an der Kunstschule Stuttgart und ab 1898 Professor an der Kunstakademie in München. Unter anderem Käthe Kollwitz studierte bei Professor von Herterich. Wie alle Professoren war auch Ludwig von Herterich künstlerisch tätig und beteiligte sich an Ausstellungen. Am 21. Juni 1913 wird die elfte internationale Kunstausstellung im Münchner Glaspalast eröffnet. Der schwäbische Merkur vom 4.6.1913 schreibt dazu. Mit gewohnter Pünktlichkeit, aber mit ungewohntem Gebrenge ist am 1. Juni die Ausstellung eröffnet worden. Die ganze Künstlerschaft Münchens und viele Vertreter des Auslandes waren nicht nur im vorgeschriebenen Frack mit weißer Halsbinde zu erblicken. Die Akademie-Professoren tragen hier Degen und Dreispitz. Dazu eine Menge glänzender Hof- und Militäruniformen, worunter sich violette Priestergewänder mischten. Dieses Bild ist zwar nicht von der Kunstausstellung, sondern einem anderen Empfang, zeigt allerdings recht gut die Mode der damaligen Zeit. Die Herren im schwarzen Frack, der Klerus in offizieller Kleidung, sowie ein Herr in Uniform mit Degen und Dreispitz. Der Dreispitz war im 17. Jahrhundert ein Hut der spanischen Soldaten. Die Hutränder wurden hochgeschlagen, damit der Regen an den Ecken ablaufen konnte. Durch das Hochschlagen erhielt der Hut seine dreieckige Form. Hier ist Friedrich II. von Preußen mit Dreispitz und natürlich Degen abgebildet. Die im Artikel genannten Professoren hatten sehr wahrscheinlich einen einfachen Dreispitz, so wie diesen, auf dem Kopf und einen Degen am Frack. Die Zeitung fährt fort. Merkwürdig enthaltsam traten die Frauen auf, trotz der farbenfreudigen Mode. Hier ein typisches Bild aus einer damaligen Modezeitschrift. Zuerst werden von der Zeitung ausländische Bilder verrissen. Das Ausland hat der Ausstellung entschieden nicht ihre höchsten Werte, aber die größten Absonderlichkeiten geliefert. Und Wien schießt darin den Vogel ab. Neben Klimt, der leider keine Porträts geschickt hat, sondern nur Japanismen, feine Zeichnungen, einen als Tapete geschauten Frühlingswald, bei dem nur heimlich ein Stückchen Natur durchbricht. Möglicherweise ist mit Frühlingswald dieses weltbekannte Bild Birkenwald gemeint, welches 2022 für 105 Millionen Dollar den Besitzer wechselte. Schließlich wird in dem Artikel Ludwig von Herterich gelobt. Für uns von besonderer Wichtigkeit ist Ludwig Herterichs Kreuzabnahme. Das Stuttgarter Bild ist die zweite Behandlung des Gegenstands. Der erste hat also dem Künstler selbst nicht genügen wollen. Sie ist aber für uns ungleich wärmer in der Empfindung. Das Bild konnte ich nirgendwo im Internet finden. Bilder von Ludwig von Herterich werden heute bei Auktionen zwischen 1000 und 3000 Euro gehandelt. Dieses Bild, Wein, Weib und Gesang von Ludwig von Herterich befindet sich in der Pinakothek in München, allerdings nicht in der Ausstellung. Ludwig von Herterich war als Sezessionsmitglied kein traditioneller Maler, allerdings auch im Jahr 1913-1914 nicht bei den Modernen. Beim Malen nach Modell ging es keineswegs nur um Aktzeichnungen. In den Zeitungen werden häufig Kreuzigungsszenen von Ludwig von Herterich erwähnt, für die die Abbildung des menschlichen Körpers natürlich ebenfalls relevant ist. Alfons Zeileis merkt man in diesem Akt von 1916 die Ausbildung bei Ludwig von Herterich deutlich an. Viele Jahre später wird Alfons Zeileis analog zu Ludwig von Herterich Kreuzigungsszenen malen. Mit diesen ist er allerdings deutlich in der Moderne angekommen. In seinen zehn Jahren seit 1904 an der Akademie der Bildenden Künste in München hat es Alfons Zeileis zu wahrer Meisterschaft gebracht. Im Jahr 1914 erhält er gleich zwei Preise. Am 17.01.1914 erhält er für die Bearbeitung der akademischen Preisaufgabe für das Schuljahr 1913-1914 eine Gruppe aus der Sintflut, eine lobende Erwähnung. Für seine Malstudien am 16.07.1914 erhält er ebenfalls eine lobende Erwähnung. Vielen Dank, dass ihr Alfons Zeileis in seinen letzten Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in München begleitet habt. Die Zeichen stehen auf Veränderung. Einschneidende Veränderung. Was das bedeutet, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020